Traut euch nur. Die erste Frage heute. Der Wiener Sänger Johann Hölzel legte sich den Künstlernamen Falco zu aus Bewunderung für A. Einen Skispringer aus Sachsen B. Das Pferd von Ben Cartwright aus der Serie Bonanza oder C. Ein Rennauto, das er auf dem Salzburgring gesehen hatte. Der 20-jährige Johann Hölzel zog 1976 mit dem Ziel Popstar zu werden aus seiner Heimatstadt Wien ins ferne Berlin. An Neujahr 1977 schaute er mit Freunden fern und kam so zu seinem Künstlernamen Falco. Bei der internationalen Vierschanzentournee fiel ihm ein Skispringer auf, der war mutig und hatte so einen rasanten Haarschnitt, wie er sich später erinnerte. Es handelte sich dabei um den sächsischen Skispringer Falco Weißpflug. Ab sofort heiße ich Falco, ließ er seine Freunde wissen und tauschte lediglich das K im Namen gegen ein weltmännischeres C aus. Super, super. Diese Geschichte beschreibt den Titel dieser Sendung so wunderbar. Wer weiß denn sowas? Super. Ja. Hatte sich sehr, sehr viel vorgenommen. Nach dem ersten Durchgang, 13. Wie weit wird das? Noch einmal sehr weit und schön. Ein wundervoller Clou. Oh, gut ab Falco Weißpflug. Wer diese zweite Chance jetzt wahrnahm, das war klasse. Siebter Platz nach dem ersten Durchgang. Besshansig hatte mich versprochen. 114,5 Meter, der weiteste des Tages. Ja, das ist natürlich im Augenblick die Spitze. 255,8. Sehr gute, verdient gute Haltungsnoten.